Nehmen wir's mal hin nochmal mit. Autsch. Ganz rechts, komm. So. Ach, dann verziehen sie sich auf einmal feige die Säcke. Ja, kannst du haben. Ah, 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 ah. Ihr habt keine Ahnung, was sich erinnert. Oder um es korrekt zu zitieren. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Oh Gott. Oh, ha, ha. Ha, 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 ha. Geile Granate. Ich will sie haben. Gib her den Scheiß. Oh, yeah. Gibt es etwas Schöneres als eine SMG-Granate? Ich mag die Dinge. Ich war am Anfang sogar am überlegen, ob ich Half-Life nicht sogar mit Garrysmoot durchzocke. Vielleicht mache ich das so als eine kleine Special-Folge, wo ich dann so das, äh, äh, lass mich jetzt verarschen. Wenn ich dann so die letzte, das letzte Level oder so dann, ähm, boah, das geht mir jetzt gerade echt auf die Nüsse, dass das am Arsch ist. Ähm, das ist so, keine Ahnung, die letzten ein, zwei oder drei Kapitel dann halt mit Garrysmoot durchzocke. Also, nachdem ich hier das normal durchgezockt habe, natürlich. Einfach so just for fun, weil ich es kann. Komm, irgendein Silviter-Ding doch wohl haben, oder nicht? Wie soll man dieses Tor denn aufbekommen? Wie war das nochmal? Ich hab es schon wieder vergessen. Ach, Mann, das gibt es doch nicht. Ah, irgendwas. Ach ja, genau. So geht's doch auch, Leute, oder? So macht man doch gerne mal eine Tür. So, dann setzen wir uns doch einfach mal so, äh, beziehen sich hier auf die Schnauze. Sehr effektiv, Leute. Wirklich? Sehr effektiv, Jungs. Na gut. Wir bewegen uns mal weiter. Jetzt war die schon doppeltippen, okay? Um, äh, zu sprinten. Ich glaube, ich spiele zu viel Minecraft. Ähm, Granaten. Ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. Zack! Jungs. Ja, die hat nicht geholfen. Aber es hat geklappt. Das ist doch mal was, oder? Das ist doch viel wert. So. Und übrigens, was dieser Typ da gerade gelabert hat, bla bla bla. Wir sind der freie Mann. Oder auch Freemann. Weil wir ja Gone Freemann heißen. Und ja, wir sind ein diabolisches Stück Scheiße. Sollen auf jeden Fall gefangen werden. Auf keinen Fall mit uns. Sollen wir mit uns reden oder uns helfen oder sonst irgendwas. Weil das dann als, na, so als, keine Ahnung, ein Akt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finden die das extrem scheiße, wenn Leute mir helfen. Weil wir ja angeblich auch den, ähm, Riesen-Breakdown in, ähm, Black Mesa. Also sprich, dieses nette, ähm, ja, diese nette Forschungsstätte da. Weil wir das ja alles angeblich ausgelöst hätten. Und so ein Shit. Und, naja. Da werden wir halt schön viel verantwortlich gemacht. Ach, scheiße. Ich muss mich verarschen. Geht's noch? Du willst mich verarschen, ne? Du willst mich doch verarschen. Da, la, 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 la. Ich glaub es einfach nicht. Geht's nicht lang, dann fahren wir da lang. Und da ist schon wieder so eine Rakete. Das gefällt mir alles gar nicht. Aua. Ähm, na gut, fahren wir hier lang. Und auch nicht! Au, 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 au. Heiß. Zu heiß. Oh, come on. Ihr wollt mich doch verarschen. Meine Herren. Was will ich? Da möchte ich nichts besseres zu tun, als mir das Leben hier zur Hölle zu machen. So. Und jetzt passiert folgendes. Ich werde abspeichern. Und dann sage ich für diese Aufnahme auch wieder mal Tschüsselchen. Die werde ich eventuell gleich noch rendern. Keine Ahnung. So, ihr seht nochmal. Ich speichere. Zack. Speichern. Überschreiben. So. Und jetzt sage ich dann nochmal Tschüssi Kowski, Leute. annt Tao. So. Vielen Dank.